Guten Tag Und hier bei einer kleinen Runde League of Legends Heute mit Jace und Was ist los? Du sagst immer Ja Ich bin immer bereit Ja und ähm Und unser schöner Götzi hier spielt hier so einen kleinen Penner Ich glaube der heißt irgendwie Keine Ahnung wie heißt der Jomorik Grundosaurus oder was? Grundosaurus Ähm Jo Jo Ich kaufe mir am Anfang Ich hab keine Ahnung Ich versuche jetzt mal ein bisschen mehr auf Also wir gehen zusammen hoch gell? Ne wir gehen runter Nuno geht hoch Oder ich hoch Na ja eben komm lass du zu zweit hoch gehen Lass du zu zweit hoch gehen Ne maß da je geht hoch Wer geht denn in die Mitte? Ja Nuno Was soll ich mir holen? Schreibt in die Kommentare Ich werde unsere Schad erläutern Achso okay Nuno geht in die Mitte aber toll Was machst du da oben? Ich blick aber das Schmicker auf Mach so Unsere Zukunft wird strahlt Ja man schau es erstmal um in der Pest zu Toll wollen wir den alleine füllen Ach du scha- Ja toll liebe Leute das bringt mir ja gar nichts Toh Ne noch nicht Ne noch nicht Ich hab's nicht gesehen dass da einer drin ist Ich hab das echt nicht gesehen Ja genau der meint das das wär seiner Ja Ja also jetzt darf mal bitte kurz Du Ja du machst das nicht Ich geh rad Ich hab gedacht da wär keiner drin Ich hab's nicht gesehen Ach dann kann ich mir gleich noch den nächsten Trank in die Fresse haben Ey isola Ey das hast du von mir den Spruch mit dem in die Fresse klatschen Hä? Hey 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 yo beste Spruch ever Ich hab mir mal ein bisschen rum wie Rumpelstilchen Rumpelstilchen Achtung die könnten von Naja von hinten kommen wohl eher nicht aber Naja warum nicht Aber die könnten nicht jetzt gleich ganken kommen weil die sind ja Die haben den Blue ja noch gar nicht gemacht Hä wieso was Wieso ist keiner offen? Ich könnte auch Solo tun Alter Uiuiuiuiuiuiuiui Ich könnte auch Solo top gehen aber das lohnt sich wahrscheinlich Ich hab auch Solo gehen aber der Yi wollte ja Toller bei Yis allein gegen 2 Ja und Also die Jackkla Soll er doch gut machen gegen 2 Oh alter wenn Wenn der kein guter Jump ist Du musst Fernkampf gehen Du musst Fernkampf gehen Natürlich muss ich Fernkampf gehen Stehe nur hinten dran nur mir sonst noch fahren Oh scheiße Bäh Oh Alter hau ab Achso ok Geh weiter geh weiter geh weiter Geh weiter Reicht nicht Was für Nacka Hau ab Hau ab Mein Goal greif an Ach ne ich geh auf Nacka Ist es eigentlich jetzt so bei YouTube Dass ich dann ja mal Partner ist Dass man da sein ähm Bild kriegt da am Anfang das man da einstellen kann Oder ist das Warte mal bei mir knallt grad die Musik in mein Ohr rein Warte mal Ach lol Hau ganz gut gedamaged So jetzt höre ich dich Du könntest auch mehr so auf ADAP gehen Ich geh so ein bisschen mehr auf Ja aber bei mir macht was macht bei mir Schaden Beim Nahkampf Macht nur das Das Ding Schaden ist aber Das macht aber üblich Schaden Und beim Fernkampf macht gar nichts auf Fernkampf Schaden Okay warte jetzt geh ich mal auf Nahkampf Dann kann ich nicht mehr Damage machen Ja mach das mal Die Quests wären hier rum Wahrscheinlich kommen die jetzt voll über die Vorbereitung Achtung ich mach mal ab Mach dein Schild mach dein Schild Ja 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 Ich gehöb für ein Stück Scheiße Achtung das kriegen die First Blood A Die waren beide zu zweit eigentlich schon Ja ok wenn ich so mach dann not eigentlich Die waren beide... die waren jetzt halt und die waren ganz toll Wenn ich nicht weggehe weil ich... Ja dann geh weg Pass mal kurz auf Ich kann ja mein Ding immer Wobei ich muss nicht beendet haben Ich hab genug Leben Oh was Wie gesagt nicht getroffen Ich mein's Aber ab Ich hasste es Soll schön Ups ey die waren beide schon tot eigentlich Ok die haben aber beide keinen Fernkampfvorteil Ok wir ab ein Oh alexander Die bleiben jetzt ganz an dem krasseren Stecken Achtung aber ab Ja auch schon ein bisschen Leben wieder Ey Ich will es mal gut greifen Komm mir gut Wie so trifft der mich von dahinten ey Weil es so eine Schallwelle ist Soll klar gar nichts gebracht weil der Eistmutter Der muss halt nur in der Aufruf Ja auf Lebensregeneration gehen weil der wird das ein ganz Wusstum Was wieso trifft das denn nicht Meine Güse Und hier noch keiner hat Firstblatt das ist schon mal gut Druck und jetzt pushen die wie die Deppeney Weil die Deppeney Ja natürlich Boah So Wieso habe ich zu viel Leben verloren bitteschön Weil ich Erzeugt immer schon den Lüge Und die Vasallen sind glaub ich auf dich drauf Achso Räusper Check warte kurz Lucky Flucky Wo sind die Ich schreibe es mal ganz kurz Alter alle in der Mitte Das ist zweites Festblatt Und Nunu bleibt einfach stehen Genau Es gibt ja auch extrem Szenen Alter ich verstehe so was Hm Ja es sind aber beide noch unten bei uns So ich knall dann mal hier meine Schallweine Deine Schallweine wolltest du sagen Ich frag mich Ich wollte mich keinen Fernkampfvorteil damit ausnut Wirklich Ja los mein Google Greifen EUR 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 Das ist mal ne Das ist mal ne Das ist mal ne Ja genau jetzt kriegt der auch wieder kein Boah die Dä Die Dinger gehen davon stuf Ich muss mal kurz weggehen gell Nö Du glaubst schon hier mein Freund Gack so ich mach nicht geh auch weg Nee Ne das war ich verdub Das sind alle einfach die ganze NrB stehen bleiben Wieso geh das nicht losn Ich f� Freaky, die Freaky. Pass mal auf. Pass mal auf, der kann noch seinen Speer werfen. Okay, jetzt kannst du backgehen, wenn du willst. Ich hatte auch gedacht, die greifen mich vielleicht an. Ne, warum soll ich backgehen? Ich habe noch Leben. Ey, will ich check und gank, oder? Er will ihn nicht. Hättest du dir sparen können, die Scheiße. Ja und, aber dafür haben wir schon mal die Vasallen hochgefedelt. Der will den Gank. Ja, dann gib mal dem doch den Gank, oder? Oder schaffen wir das nicht? Ja, natürlich. Natürlich. Auf push, 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 push. So, jetzt geh ich mal weg. So, mach das mal. Rapp Ding. Das rabige Ding. Das rabt nur herum. Ein Glanz. Wirklich, komm mit der Pfiff. Mit Steuerhüter rein. Ich gebe überfluchtes Licht. Arrg. Ähm. Alter. Wurde ich mir mal so. Jetzt machen wir kurz ein kleines Jorik-Experiment, ne? Ich meine, wann macht es rechtens Spaß, wenn man nicht experimentiert? Oh, die Guff Legends. In your face. Schreibt mal hin in den Chat. In your face. Nein. Ah, verdammt. Ich hab den Tipp nicht gelesen am Anfang. Es ist das ganze Spiel im Arsch. Ich werd verlieren. Die Frage ist, ob die oben allein gegen 2 zu verschieben sind. Ja, natürlich könnte der Gegner anders. Jemand. Nilo, ich hab mal nicht...